Wir sind natürlich sehr enttäuscht. Wir sind sehr enttäuscht über die Art und Weise, weil wir alle das Gefühl haben, dass wir in keiner Phase den Spirit und die Leidenschaft auf den Platz gebracht haben, die nötig ist, um Fußballspiele zu gewinnen. Ich finde, dass es insgesamt kein hochklassiges Spiel war von beiden Teams und es war zu wenig von uns in den elementaren Basics, die du brauchst, einfach um gut zu sein. Ich dachte, dass wir da nicht mehr zurückgehen zu diesem Punkt. Offensichtlich habe ich da nicht recht gehabt und wir sind heute tatsächlich da nochmal hingegangen, dass wir einfach ein Spiel weggeben und gar nicht genau wissen, wie das jetzt passiert ist. Und in den Schlüsselmomenten natürlich mit der Torchance von Harry in der 26. Minute, glaube ich, und dann mit dem Handspiel von Matz auf der Linie auch absolut kein Glück. Aber, ja, das kommt dann noch dazu. Schau mal, er ist extrem müde nach den Spielen. Und, ja, ich habe mir ein bisschen jetzt im Nachhinein Vorwürfe, und nicht Vorwürfe, aber überlegt, ob es besser gewesen wäre, ihn am Schluss vielleicht zu bringen. Aber er wollte natürlich auch unbedingt weiter starten. Gut, danach ist man immer schlauer und auf Schamal zu verzichten in der Form hätte, weiß ich jetzt auch nicht, wenn beim gleichen Ergebnis hätte man dann natürlich gesagt, wie kann er nur. Aber ich glaube jetzt nicht, dass er verletzt ist.